Nach Baby-Neuigkeiten, Jan Laik erstes Ultraschallbild Jan Laik, 38, gibt erste Einblicke in die Schwangerschaft seiner Partnerin. Im vergangenen August hatte der ehemalige Kampf der Realitesters-Kandidat die freudige Nachricht bekannt gegeben, dass er um die Hand seiner Freundin Franzi angehalten hat. Am Donnerstag verkündete er dann überraschen, dass das Paar zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Nun teilt Jan auch das erste Ultraschallbild des neuen Familienzuwachses. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 38-Jährigen nun ein Foto, auf dem seine Liebste ein Ultraschallfoto in die Kamera hält. Auf dem Schnappschuss ist zu erkennen, dass die Aufnahme des Babys vom 12. Januar stammt. Augenscheinlich steckt Franzis Schwangerschaft allerdings noch in den Kinderschuhen. Denn ihr Nachwuchs ist auf dem Foto noch winzig klein. Treffer versenkt, kommentierte Jan seinen Post humorvoll und verwendete zudem das Hashtag Dart. In den Kommentaren gratulierten viele Follower und auch einige Promis dem Webstar zu seinem Vater Glück. So freute Felix van Dieventer, 26, sich beispielsweise, endlich ist es offiziell. Bruder Herz. Absolut nur das Beste für euch. Offenbar freut sich der Ex-Berlin-Tag-und-Nacht-Darsteller auch schon sehr auf den neuen Lebensabschnitt. So schwärmte er in einem Livestream, mir geht es sehr gut damit, bin glücklich. Aufgeregt, überfordert, aber auch bereit, mich der Verantwortung zu stellen. Auch Franzi scheint im Moment über glücklich zu sein. Ist schon krass, was man da somit erlebt. Ist ja schon eine sehr spannende Phase in meinem Leben, versicherte sie. Ja. Ich hab nicht mordetisch. Hu-k previous. Hu-bric.